8,2 Meter Breite und 107 Tonnen Gewicht. Wer eine Turbine mit diesen gigantischen Ausmaßen sicher und wirtschaftlich transportieren will, steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Deutschland war ja quasi Trainingsgelände für die Pershing-2-Raketen der Amerikaner. Ich hatte das Gefühl, ich habe meine fünf Kinder in eine hochgefährdete Welt hineingeboren. Geschafft! Du hast sie gefunden. Eine neue Welt unberührt und unerforscht. Es liegt an dir, die Karten optimal zu nutzen und deine Route gut zu planen, um der größte Entdecker zu werden. Okay, nehmen wir irgendein Produkt, Material oder Digital. Dahinter steht Kreativität und Entwicklung. Von der Produktentwicklung bis zum Marketing müssen verschiedene Teams nahtlos zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.